Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone mit mir, den Simon. In den letzten Folgen haben wir Arena gespielt. War sehr schön. Ist nicht so ganz gut ausgegangen, aber könnt ihr euch ja nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Mir ist aufgefallen, dass ich da Droide genommen habe, genauso wie ich beim Ranken letztes Mal Droide genommen habe. Jetzt denkt ihr bestimmt alle, ich spiele die ganzen Tag nur Droide. Das ist absoluter Quatsch. Ich spiele sehr gerne auch andere Sachen. Und um das zu beweisen, werde ich jetzt mal... Was packe ich aus? Mein Praladin? Ja, komm. Es ist ein Cancer Secret Paladin. Also richtiges Cancer Metaplay seht ihr hier. Ah, hallo. Anderer Paladin. Wir sind zwar noch relativ low. Die sind halt gerade erst irgendwie angefangen. Gerade erst wieder angefangen. Messer Jungler behalten wir mal. Geheimniswehr drin? Jo. Jo. Ich bin noch total in Arena drin. Deshalb finde ich zweimal, aber ich glaube es ziemlich nice. Eisenschnapp, oh, ich glaube ich in den Deck. Wow, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich grüße euch. So, schauen wir mal, was er kann. Wird wahrscheinlich auch Siegryl Paladin spielen. Sie sind, wie gesagt, hat gerade erst angefangen. Deshalb bin ich noch auf 19. Und deshalb werden die Leute auf 19 wahrscheinlich besser sein, als... Obwohl gerade erst angefangen ist, übertrieben. Auf in die Schlacht, Mann! Oh, das ist sehr nett von dem. Danke. Ein Geheimnis. Oh, lol. Das kommt mir auch zugute. Wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Oh, danke. Danke. Der Sieg gehört euch. Aber das ist ja langweilig. Okay, nächstes Spiel. Da. Da sind wir wieder gegen Schurke. Das Spiel gerade lasse ich mal unkommentiert. Aber alles wieder. Willkommen. Halte ich deswegen den Geheimnis eigentlich nicht, oder? Geheimnisse sollte man eigentlich nie behalten. Das ist normalerweise echt zu schlecht eigentlich. Hellenopfer. Ja. Keine ich aber nicht direkt aus. Oder? Keine ich ihn direkt aus? Wenn ich ihn auskeine, kann ich dann die beiden spielen. Das ist ziemlich episch. Ja, komm. Tempo. Darum geht es bei den Deck. Wenn er den natürlich jetzt clearen kann. Das wäre nicht so schön. Backstep. Backstep. Dolch Bär schon. Greif den an. Das wäre eigentlich richtig gut. Weil wenn er ihn angreift. Okay. Ja. So. Und so. Und so. Das nenne ich Tempo. Natürlich haben wir das Problem, dass wir ziemlich schnell out of Karten gehen. Aber so wie das hier gerade steht. Er will angreifen. Aber da ist jemand in dem Weg. Ist eigentlich gut für ihn, wenn er es auslöst. Mit seiner Waffe. Ja. Und nochmal zwei Schaden. Uh. Der will clearen, der Typ. Ah. Sehr schwache Runde von mir. Sehr, sehr schwache Runde von mir. Hat er jetzt Blade Furry. Zum clearen. Ah. Ich habe gleich vier Mana. Der wird wahrscheinlich überleben. Den kriegt dann Segen der Könige. Oder auch nicht. Haha. Wonach sucht er. Ist es. Kopfnuss. Okay. Ist ja tatsächlich ärgerlicher, weil seine Waffe draußen. Mit den zwei Mannern kann ich da nicht wirklich was machen. Aber Rächer ist ziemlich gut. Ich kann da auch einfach nur eine Waffe spielen. Aber ich denke, ich spiele das so. Damit er den angreifen wollen. Dann bekommt der hier mal einen Rächer. Ja. Und ich kostet nicht so viele Karten. Weil Karten habe ich echt nicht so viele. Die sollte ich schon ein bisschen am liebsten sparen. Damage für dich. Und Rächer. Okay. Eigenen spielen. Oder Rächer den hier. Ne. Rächer das hier. Ne. Eigenen spielen. Eigenen Schlickspucker. Tatsächlich noch ziemlich viele Karten. Auch wenn ich im Early-Game ziemlich gerusht habe. Und er hat noch zwölf Leben. Die Eule wäre natürlich ziemlich... Gut, jetzt. Ellie Sternensuche. Mehr Late-Game. Geht nicht. Und Pass. Wire? Ja. Wire und... Ich habe noch super viel Damage auf der Hand. Aber jetzt siebenmal... Dolch Fächer. Oh. Kann ich beide... Lange ich beide spielen. Ich will nicht das hier gewinnen. Wie viele Schaden sind das? Vier... Acht Damage. Clear ich. Acht Damage ins Fels gemacht. Soll er danach noch machen, wa? Alles raus. Richtig schön Cancer-Paladin. Ganz viele Geheimnisse auch ohne die Karte. So. Reno Jackson. Er hat noch nicht surrendert. Hat er Reno Jackson. Ah, nice. Das ist eine gute Karte. Dass sie gebufft wird. Reno Jackson verkürzt... Äh... Verzögert eigentlich nur das Spiel. Also wenn er den jetzt spielt... Ja. Trotzdem ist die mich hart. Trotzdem ziemlich, ziemlich hart. Auch wenn es nur das Spiel verzögert. Wir werden jetzt auch richtig Paddy machen. Ich hab tatsächlich die Chance zu... Ne. FACE! Bei Reno Jackson. 20 Schaden. Reno Jackson... Ist in dieser Situation wahrscheinlich ziemlich gut. Aber dadurch, dass er gar keine Board-Controller hat oder sowas... Bringt ihm das auch nicht sehr viel. Hat nur das Game noch ein bisschen länger rausgezögert für ihn. Aber wer weiß. Vielleicht lange genug tatsächlich. Blade Flurry. Aktiviere den Mental-Controller ATC-130. Das ist ziemlich gut für ihn. Ja, das ist sehr, sehr gut für ihn. Trotzdem hab ich noch gewonnen im Moment. Und er hat keinen Mana mehr. Er hat nur noch einen Reno Jackson, um zu traden. Er hat verloren. Hätte er den 95er bekommen... ...hätte er auch verloren. War aber nicht schlecht. Die Idee. Ist keine... Keine Karte mehr, aber gewonnen. Tja. Kann ich mich nur anschließen. Oh, sieh dich drin, der Bonus. Sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder Geld für die Arena. Weiter geht's. Anduin. Okay. Doppelstatter-Action. Aber nee. Nicht heute. Okay. Segen der Könige ist offensichtlich schlecht. Okay. Geheimnis bewahren. So. Geister auf der Krabbeler gleich. Und für drei Mana habe ich noch kein Play, leider. Dragon Priest. Geheimnis. Silence. Es gibt wahrscheinlich andere Sachen, die ich hier silenzen möchte. Wobei das ist eigentlich schon... Das Early Game ist ziemlich wichtig. Aber nicht so wichtig. Oder? Muss ich die unbedingt beschützen? Der kann den heilen dann auch wieder, ne? Ich hab keinen Bock auf Heilung. Okay, er nimmt's so hin. Und heizt sich selber. Na, gar nicht so schlecht, die Taube. Trotzdem renne ich... Out of Karten. Ich brauch mein... Geheimnis... Sechs-Mana-Drop. Den brauch ich. Lacht ihr über mich? Oder meine Waffe. Bleh. Oh. Segen der Könige. Wen möchte ich so viel geben? In here? Nein, oder? Ich werde das auf jeden Fall spielen, aber wen gebe ich das? In or in, in or in, in or in. Ähm, der Tauber. Ich könnte daraus halt auch ein 6-4 machen. Wenn ich ihn hier genommen hätte. Aber... Okay, okay. Oh, sehr gut. Hat das hier, hat das hier. Naja, es wird immer besser. Jetzt mal... Wenn ich jetzt mal in 6-Mana-Geheimnis-Drop bekomme. Easy game. Oh. Kein Drache für dich. Oh, das ist ja... Oh, sad. Schade. Noch ein bisschen Value aus den Sledge-Belcher kriegen. Oh, was ist so... Er hätte vorher auch noch den Drachen gespielt, ne? Oh. So sad. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay. Melde mich zum Dienst. Ah, es muss facehitten. I never trade. Ja, never trade. Für die Gerechtigkeit. Niemals traden. Ich bin Scumbag. Die Eule hat so viel Schaden gemacht. Jetzt wird er sie clearen. Wenn er sie direkt cleart, dann haben wir wieder eine neue Eule. Aber es ist eine normale Eule, oder? Ja. Egal. Ich werde ihn mit der Eule finishen. Auf die Eule baut alles auf. Ja. Sehr schön. Oh doch, da sind meine Sterne. Ich hab sie übersprungen. Ich dachte schon, ich hätte keine Sterne bekommen. Wollte mich schon beschweren. Jaina. Gegen Jaina. Du hast es so gewollt. Ich werde ehrenhaft. Bah. Ekel auf der Hand. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich werde mal eben kurz noch Licht anmachen. Tja, wenn wir jetzt noch Licht hätten, das wäre wunderschön. Ich sollte schon mal bestätigen. Oh, ziemlich gut. So. Jetzt haben wir Licht. Bin hier auch ein Paladin. Was ist ein Paladin ohne die Macht des Lichts? Will er unbedingt clearen, oder? Nein, wenn er nicht. Oh. Das ist echt eine heftige Entscheidung gerade. Wenn ich ihn spiele, kann ich traden. Aber dann werde ich, ja. Oder wenn ich ihn spiele, spüre ich mehr Power. Er kann trotzdem nicht traden. Das ist ein sehr gutes Play. Oh, jetzt will er traden, aber stirbst du haltessen einfach so. Sad Story. So, Paddy. Okay. Entweder ist dieses Geheimnis tatsächlich, äh... Also entweder ist es ein Freeze Mage oder ein Tempo Mage und das ist, äh, Kopieren. Wenn es Kopieren ist, will ich natürlich nicht, dass es ein mysteriöse... Mysteriöse Challenger. Oh, warte, der nimmt ihn. Bereitet er was vor? Das stinkt doch gewaltig. Ein Minion angreif vielleicht. Aber da bin ich schon. Ich bin mit einem Minion angegriffen, ne? In den Kampf. Okay. In den Kampf. In den Kampf. Damage. Okay, entweder... Das kann immer noch, ähm... Spiegelgestalt sein. Ihnen eine Schlickspur zu geben sollte aber vielleicht sogar... Ah, ich kann Ihnen natürlich natürlich den Geist auf den Kammel einfach geben. Das wäre natürlich viel, viel besser. Aber ich werde dir jetzt sehen, wenn er jetzt was ausspielt, ist er... Tempo Mage und dann... Hat er ja... Ist das Spielgestalt? Es ist Freeze Mage, also es ist auf jeden Fall keine Spielgestalt. Deshalb kann ich Save-Mensch-Lickspucker spielen. Wow. Zu viele mysteriöse Ritter. Ja. Völler. Damage. Und nächste Runde, mysteriöse Ritter, um alles schön abzuründen. Ja, das ist, äh... Wie heißt das nochmal? Ich habe echt den Namen vergessen. USBs im Hintergrund ignorieren? Was? Ich raste aus, ey. So, Geheimnisse. Kleine Spasti. I never trade. In den Kampf. In den Kampf. Für die Gerechsten. So. Das war's. Eisblock heißt das. Erstmal Karten ziehen. Ach, will der nochmal... Ha, ha. Erst gezogen. Ja, sehr gut. Überleb halt nochmal eine Runde. Runter! Wiederbelebt. Und Wiederbelebung. Und Wetteifer. Wetteifer. Das ist so overkill. Wetteifer. Ja, guck mal, was für ein Geheimnis ist. Wer hätte es gedacht. Boah. Kleer ich gerne. Ich habe jetzt tatsächlich, wenn er alles cleart, keinen Schaden mehr. 12, 8. Aber die sind alle Freeze. Das ist mittlerweile ein bisschen doof. Ich muss mal eine Waffe ziehen oder so. Geister für Krabbeler, falls ich den einen Schaden noch brauche. Weil wenn er jetzt irgendwie alles einfritt oder sowas und alles stirbt, dann habe ich immer noch den. Aber die anderen wäre dumm zu spielen. So, jetzt ist die Frage. Was macht er jetzt? Blizzard, ja. Aber jetzt sterben die. Und da sind meine zwei Schaden. Ja, gut gespielt. Ah, 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 ah. Haha. So, ein Match machen wir noch. Ein Druide. Okay. Das ist eine ekelhafte Hand. Und... Wah, wah, wah. Kombo-Ruide? Hm. Oh Gott, zwei Geheimnisse. Manchmal ist dieses Deck auch einfach eine Scheiße. Hm. Genau das will man nicht, dass man seine Geheimnisse zieht. Bermannter Schredder will ich jetzt natürlich, dass er da reingemmt. Ist natürlich ärgerlich, das jetzt zu machen. Vielleicht hätte ich Recher spielen sollen. Vermutlich hätte ich Recher spielen sollen. Das war mega dumm. Ich hätte unbedingt Recher spielen sollen. Rekrut der Silber-Hand wird jetzt wiederbelebt. Scheiße. Oh Gott. Haha. Ja. Immerhin geht jetzt Recher los. Und gleich habe ich auch schon meinen Schredder. Er hat auch schon einmal von Geist gehabt. Glücklicherweise. Aber er hat jetzt 8 Karten heute. Hm. Meine Heldfähigkeit ist super gut, ey. 1-1er Kreaturen erschaffen. Das ist... Das Paladin echt... Wirklich... Teilweise echt der Wahnsinn. Wow. Silence. Silence. Silence save the day. So gut, dass ich nicht mal den Schredder spiele. Gleich habe ich meinen eigenen Schlickspucker, um meine 1-1er zu beschützen. Oder ich spiele Harrison Jones, falls er jetzt eine krasse Waffe spielt. Vorhin für seinen nächsten Schlickspucker. Oh. Sadness. Ja, und Face. Oder hat er... Hat er Angst vor irgendwas? Wovor sollt er Angst haben? Tja. Schlickspucker. Ja. Er hat einen gestreitesten Schlickspucker. Ich an Aktiven. Gucken wir, wer besser ist. Und ich habe einen Mana vor ihm. Okay. Was ist der Jungler? Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Kann ich wirklich ihn erst? Klir ich ihn gar nicht? Durch klirn. Er muss den klirn. Er wird ihn hiermit klirn. Durch klirn. Entschuldigung. Und nochmal. Was ein episches Play gewesen wäre, wäre, ihn hierher rein zu traden, dann das Messer ihn treffen zu lassen und den Schredder ihn auch noch treffen zu lassen. Das wäre ein episches Play gewesen. Yay. No, schade. Always lucky. Probieren wir das doch nochmal. Ja. Always lucky. Face oder Trade? Face oder Trade? Face oder Trade? Face oder Trade? Oh, ne. Face natürlich. Trade wäre dumm. Always lucky. Oh, die Folge ist schon vorbei. Naja. Wen interessiert denn das? 14 Schaden auf dem Board. 14, 15, 16. Oh, er benutzt Urtum der Lehre, um sich zu heilen. Das ist super süß. Warum hat er den 7,5er nicht gekillt? Der arme Boy. Hörst du den Jones? Das gehört in ein Museum. Das gehört in ein Museum. Wer muss überleben? Sagen wir, er killt meine Hauptdamage-Dealer. Dann habe ich 6 Schaden auf dem Feld. Hm. Und das Tviel, was da rauskommt. Den kann er nicht killen, weil ich Heldenopfer habe. Und Face. Perfekt. Obwohl. Ja. Ja. Face ist schon gut. Immerhin wollen wir den Gegner ja töten. Paladin zu stark. Auch wenn er keine Karten mehr hat. Und er noch 6. Er ist ziemlich nah eigentlich vom Recovern. Wenn er halt irgendwie das Board klären kann. Und er kann. Kombo. Dead play. Mystery Scepter. Äh, ich habe gewonnen. 3, 4, 5. Ja. Ich frage mich, wer ich bin. Geht euch nichts an. Okay. Always lucky. Melde mich zum Dienst. Ja. Ja. Ja, den kriege ich auf jeden Fall. In den Kopf. Hey, fangt. In den Kopf. So. Selbe Situation für ihn. Interessant, dass er Doomsayer drin hat. In seinem Deck. Scheint wohl ein Mega Control 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 Deck zu sein. Keine Chance gegen Rush. Na, Rush. Na, guck mal. Wenn man aufsteigt, dann passiert einfach gar nichts. Sehr gut. Dagen 17. 16. 2 Sterne. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.